Hallo, herzlich willkommen Robert, Jagdschule Eichler. So sieht es jetzt wieder unten bei uns im Hafen aus. Die beiden großen Gypsies Hamburg Express, Helgoland Express sind zurück aus dem Winterlager. Helgoland hat eine neue Maschine bekommen, neue Batterien, einen neuen Kühlschrank, einen neuen Kartenplotter. Viel, viel Geld ist ausgegeben worden und das Schiff ist wieder super schick und kann los. Poliert ist es natürlich auch. Wir starten mit einer SSS-Ausbildung, sprich die Schiffe werden am Sonntag, den 21. März, verholt und am Montag, den 22. geht es dann los. Wir haben uns ausreichende Mengen Schnelltests besorgt und die neuen Google-PCR-Tests, so dass wir sicher sein können, dass wir über mehrere Tage Zeiträume gut testen können und alle safe sind auf dem Schiff. Wünschen wir allen Prüflingen viel Erfolg. Bis bald. Tschüss.